Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf. Heute auf dieser wunderschönen Piratenschiff-Map. Ich glaub, dass wir uns an der Erde vergehen. Wer ist Wolf? Ich nicht, aber vielleicht Toops? Ich würd sagen, Toops ist der Weihnachtsmann. Einfach so, Toops ist der Bühne Weihnachtsmann. Ich war noch nie in dem Haus drin. Haas. Haas. Ich hab vier Emeralds. Vier sind jetzt nicht so gut. Es gibt eine neue Falle, die man aktivieren kann. Ich weiß noch nicht genau, wo die ist, aber es gibt eine neue Falle. Und das wollte ich nur anmerken. Ah, okay. Es gibt eine neue Falle. Es gibt eine neue Falle, okay. Kann man die auch aktivieren, frage ich mich jetzt? Ja, es gibt eine Falle, die kannst du aktivieren und dann wird jemand eingefallen. Es wär cool, wenn's eine neue Falle geben würde, oder? Ja, es ist eine neue Falle, ja. Ich mach Wolf super. Die Mütze ist echt nicht sehr bequem, aber egal. Okay, es ist entweder Chaos Floh oder Julianus 33 ein Wolf. Okay, ich würd einfach Julian... Wie oft ist Julian der Wolf? Kann ich der Wolf sein? Warte. Okay, ey Leute! Also ich bin's hundertprozentig nicht, ihr könnt mir trauen. Julian! Ey! Du hörst deinen Schrei. Das war Tops. Tops hat Julian gekillt, Tops hat Julian gekillt. Tops ist das. Aber ich hab geguckt, dass Tops kann's nicht sein. Wer ist das dann? Ne, du. Ich war am Schiff. Ich war nur mit me, myself and I. Oh Gott. Ey, wo seid ihr denn? Ey, also ich bin im Schiff. Tops hat einen Fake-Schrei gemacht, das ist Tops. Aber Tops kann's nicht sein, ich hab hier einen Wolfsnocher gemacht. Dann ist es Julian! Also, ich glaube, dass du's bist, Floh. Ich glaub schon, dass du's bist, ehrlich gesagt. Ja, ich glaub... Alles gern. Bin ich ganz offen und ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich es bin, wenn ich kann lesen. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ronja? Julian? Oh nein, oh nein. Ich bin woanders, als... Ich seh niemanden. Es ist Julian! 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 Am Schiff! Am Schiff! Am Schiff! Am Schiff! Ich lauf weg! Ich lauf weg! Oben beim Schiff! Und? Ich bin grad runter! Ich bin runter! Oh, oh! Oh, oh! Allein, mein Schiff lädt gar nicht! Ähm, okay! Äh, ich bin runter vom Schiff! Aber es ist Julian! Okay! 100% safe! Wo bist du? Ähm, ich bin... Irgendwo ungewählt! Oh nein, ich muss eben Angst haben um mich, weil ich hab nicht... Du könntest mich jetzt direkt raken! Also... Ich hab legit gar nichts! Wo bist du denn jetzt? Dann lassen sie mich ja gar töten, oder? Beim Tester bin ich! Okay! Leute, dann komm ich da auch gleich hin! Ich könnte dich wiederbeleben! Ah, 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 ah! Halt... Halt durch, okay? Alles klar! Ähm... Aber... Sollen wir Topps wiederbeleben? Würde Topps uns wiederbeleben? Ich... Ich weiß es nicht! Oh, warte mal! Warte mal! Ich glaub Julian! Warte mal! Jetzt kommt er! Ja! Julian! Julian! Warte, was? Nein! Nein! Was? Ist Topps gewesen? Ist Topps, oder? Topps? Ich hab... Wer hat geschrien? Julian! 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 Komm her! Julian, wo bist du? Julian! Sag kein Verlierer! Was sagst du? Weißt du, wo Flo gestorben ist? Ich weiß nicht, wo Flo gestorben ist, nein! Ja, hier! Wo ist denn hier? Wieso... W... 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 Ja ist keine Antwort! Wo bist du? Komm her! Zeige dich! Komm mal zum Wolfssucher! Äh, zum Tester! Warum sag ich immer Wolfssucher zu dem Ding? Komm mal zum Tester! Und dann... Kämpfe! Mit mir! Aufm Schiff! Wieso denn am Schiff? Finde ich jetzt nicht gut. Ich würde mich nicht gerne am Schiff treffen. Ja, jetzt zum Schiff. Ne. Äh... Okay. Du willst... Du willst am Schiff kämpfen? Ich bin jetzt unten im Schiff drin. Bei den ganzen Kürbissen und Melonen. Ich bin da vorne. Ich bin gerade im Wasser. Komm mal... Schwier mal her zu dem anderen Hoster. Na, ich bin jetzt extra zum Schiff gekommen! Geh zum Spawn, geh zum Spawn. Na! Julian! Ja! Ja, ich bin schön... Oh Gott! Oh Gott, es ist schwarz! Oh Gott, was passiert? Oh Gott, es ist alles dunkel! Oh Gott, was hast du gemacht? Oh mein Gott! Ich seh niemanden! Ah! Was passiert? Was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe eine Traitor Dingsbums aktiviert. Wo bist du denn? Das sage ich dir jetzt nicht mehr. Blöde... Schummler. Ich komme jetzt hier nicht hoch. Verdammt. Was bist du denn? Ja, unterm... Beim Wasser. Wo bist du denn? Wow! Schöner Blitz, den du da einschlagen lassen hast. Ich bin jetzt beim Wolfssucher. Äh, beim Tester. Ja, im Wasser. Komm mal her! Wo bist du denn? Julian! Komm mal her! Ja! Ich sehe dich! Finally! Was hast du da an? Warte, 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 warte! Was ist das? Nein, 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 nein! Taktischer Rückzug! Taktischer Rückzug! Wiu, wiu, wiu! Mayday! Mayday! Okay, äh... Es ist kein Problem. Ich entkomme. Ich entkomme. Ich bin... Ich bin stark und... Unabhängig und ich kann fliehen! Und... Mein Bildschirm... Du hast schon wieder diese Grotis gemacht, oder? Ich läge nämlich schon wieder wie Mist. Hä? Aha! Ja! Weil du mich, äh... Gedingst hast. Aha! Oh Gott! Was hast du da eigentlich für ein merkwürdiges Skin? Also jetzt mal ganz kurz... Ganz ehrlich! Ohne... Oh Gott! Könnt ihr euch das mal an? Was? Was zur Hölle? Ich mein, ich kann mich nicht mal verstecken so! Ich hab Schafsuche gekriegt. Das ist ja schön. Und alle Schafe. LOL! Ich kann mich nicht mal verstecken! LOL! Was ist... Warum kommt Feuer weg? Achso! Damit du weißt, wo ich bin! LOL! Ja, ich hab... Ich hab ein Schafsuche-Dings gemacht. Ja. Also ich bin hier irgendwo. Ich... Kann's selber schlecht sagen. Aber ich bin, äh, hier auf nem Dach. Äh, drehe ich mal rum? Wo? Hi! Du schießt auf mich! Wieso? Nein! Ich bin... Ich bin stuck im Schwindennetz! Nein! Okay! Nein! Ich bin so riesig! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Ich muss endlich sagen, okay? Ähm... Die Endrüstung ist verbuggt und... Nein! Julian! Warte mal, geht's weg! Ich muss... Die welche Enderman warst du? Äh... Ist es das, was Julian gerade anhatte? Ja, ja! Das sah so fies aus! Du hast so ne kleine Hitbox, aber du siehst trotzdem das volle Model, weil das verpackt ist, aber... Ja! Es war auch merkwürdig, weil irgendwie... Es ist Ant-Man vom Film, äh, Ameisenmann, was? Ach, Ant-Man? Ich hab Enderman die ganze Zeit verstanden! Ah! Und wär sehr verwirrt! Oh mein Gott! Ich mach's den Geheimgang, Julian! Ich schnapp das... Boah! Ich hab grad aus ner Eisengäste nur eine Legends gekriegt! Das ist Underwhelming! Oh mein Gott! Alter! Der ist so ein geiler Geheimgang! Oh man... Ich bin enttäuscht! Ich hab... Warte... Jetzt hab ich... Du hatt ne Nase... Ich hab... Ehh... 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 im schiff beim tnt oder bis das hier unten sind wirklich viele main cards ich bin sehr verwirrt ich glaube ich kann die rampage hier wieder am start am stil die mittel kapitel auf geht's ich bin scharf alles klar und ich bin nicht auch ein nahverwandter von wolf was ich habe gehört der büffel ist auch ein nahverwandter von wolf eigentlich sollte man davon ausgehen ich glaube ich habe ein penner das ist wissenschaftlich belegt ich konnte mein dings ich konnte die strengen nicht einsetzen ich habe irgendeine art geheimgang gefunden und ich weiß nicht was ich öffne ich habe 24 wenn mich jetzt jemand tötet vielleicht dann werde ich so hart also alle wissen halt leider nicht wer floh ist das hauptproblem auch bei mir ist jemand tötet also an das war immer da ist der ender in der wahl wir haben wir gerade einen verfolgt mit ihr schwert ich habe ich habe irgendwas anderes gehört der mit ihr schwertig vor ich weiß dass das jetzt bitte jetzt wenn der bau ronja wenn du es wirst du keinem schiff gesagt wir mal den falle ich habe ich habe nicht gehört dass du irgendeinem item benutzt hast komm her er konnte wenn du ist der wolf das habe ich nur noch doch gehe auf steuern ganz nach oben zum steuern und hat die wir den schalter sind wir alle tot würde ich machen wenn ich weiß mehr doch noch low ground low ground ich habe ein geheimnis gefunden weil man ist noch hier vorne auch nein der wolf ist auf dem schiff ich bin es nicht ich bin es wirklich nicht da muss ich mich da muss ich mir entschuldigen warte mal dann tötet die fall nicht dann macht die freundlich überbleiben das wird den krach aktivieren dass ich bin ich bin das wer ist denn hier der in der lederrüstung wissen das wissen das ja ich frag gerade bist du das ist mir so egal wer freut es ist meine mission die folge ist es einzig und allein meine aragon rüstung zu vollständigen kleiner wolf in der lederrüstung ist es also ein kleiner kleiner ich habe nur leder und in der miene in der miene bei diesen minecars rente der fuchs die 1 die erschwert die erschwert nicht 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 der andere der andere der die andere leder ist ja oh mein gott oh mein gott ich bin endlich wieder wolf jetzt kann ich endlich probierstürken jedes mal bin ich wirklich jedes mal irgendwie ich habe ich hatte noch durch jetzt einmal aggressiver tobias wer hat er gesagt ist im heimgang im geheimen irgendwo war der heimgang im geheimgang ich habe gefunden ich habe alle kisten immer leer ich bin enttäuscht ich habe nichts ich habe nichts ich habe nur holzschwerter nun habe ich auch lederstiefel man kann diesen minecars die dings aber man kann bei mich an die wand fahrt die sagen das ist immer julian hat immer die augen rüstung hat julian das so schnell es ist immer op versteckt wo du mit den minecars die wand fährst immer und wo ich schon wieder julian ich sag dir das war ich bin es nämlich nicht ich glaube ich habe noch nie jetzt doch noch nie in dieser ganzen auf der messe ist es ist ein ruby ein ruby duby duby ich finde gar nichts weder gold noch smaragde noch irgendwas aggressiver tobias verschwunden ich bin irritiert wie sie ich bin das hier ich habe steinschwert und ist vielleicht alle jahre und hästen händler links wurde mit augen rüstung oder jetzt heißt das inaktiv dort ist wer ist es denn jetzt ich weiß nicht was ist keine ahnung was diesmal ist ich bin es nicht vier jahre alt hat spaß mit dem notblock hey mal no joke habt ihr habt ihr ruby ne ich habe gar nichts ich habe wirklich ich habe gar nichts wer ist es denn jetzt ja ich habe gold ich tausche wusstet ihr dass ronja mit nacken im ruby heiß ronja ronko ahaha confirmed ah ja mal ok interessant also lasst mal jetzt hier aufschlitzende ruby nekunden lasst mal guter kopp böser kopp machen wer von euch ist wolf ich bin kein wolf wenn ich wolf wäre dann hätte ich vielleicht wenigstens eine chance was zu finden und was zu machen das hat nichts miteinander zu tun weil ich doch meine sachen dann günstiger werden und jetzt böse auch weil die sachen günstiger sind aber ich habe nicht der wolf war chaos floh ich muss sagen ok 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 juli hat unsterblich rüstung und tubs und hannes schreie ich bin's nicht ich bin sich das hier gehört habe ich bin hier aggressiv ich bin ein schaf ein schäfchen ich bin ein schäfchen ich bin ein schäfchen ich freue mich für die heutige folge aus ich habe keine bock auf diese dumme mütze ich hätte so richtig unbequem ich werde da wohne mehr flöhe als in meinem haus bitte nicht in meinem haus wohne nämlich ein fluch dann das war der schlecht wo seid ihr wo seid ihr ich habe irgendjemanden von euch ein geschenk machen wenn ich ein äh emerald dafür kriege ich kann dir ich kann dir ich hab ein emerald herzugeben ok bist du das deine eisenrüstung der durch die auf die brücke ist auf der brücke ist ich bin gerade hier ganz hinten bei äh ähm ich bin auf dieser brücke hier ist noch irgendjemand bei mir ich hab ein diamantschwert äh ich hab ein holzschwert also ok ähm was für ein sch- stimmt ähm ok warte Julian dreh dich mal um wer von euch war betobst ah ok ok also Julian und ich sind hier nein bei mir ist dir dir ein schwert dir ein schwert ich bin es nicht hier Julian siehst du ich bin es nicht ich bin es nicht ich hab hier ein dir ein schwert das bin ich das bin ich ach das bist du ok warte dann gebe ich dir meine äh oh klar nicht mein dir ein schwert äh du wolltest mir ein emerald geben dann kann ich dir ein geschenk machen ok hier ich hab drei zielschwerte ich brauche nur eins ach dann kannst du es kaufen meinst du ja warte äh oh gott hier sind es hier und jetzt hier Julian was ist das geschenk da ist jetzt oh mein gott wer war das du hast mich angegriffen Flo hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir es war gerund ich war es nicht ich war es nicht ich war es nicht ich bin auch gesprengt ok ich glaub dir ich glaub dir ich glaub dir ich bin auch gesprengt Julian lauf mich an ich war zwei herzen ich lauf jetzt weg ich hab auch angst Ronja ich hab dich gesehen du warst nicht du warst gar in der Truhe drin ja ich war es auch nicht Ronja Ronja hat mich auch geschlagen äh nein ich war in der Truhe drin nein ich war in der Truhe drin Julian Julian ja deswegen bombe mein Eisjahrs ich war in der Truhe drin ich bin am Schiff aber ich sag dir nicht wo du hörst ja ein Schrei du Ronja hat mich eingegreif und schief mich hast du gemacht ey ja sie hat mich sonst geht ne jetzt musst du what jetzt du bist so süß ey nice ich wollt mir das sagen ey Ronja ich wollte dich sparen genau ich wusste dass ich auch gesparen wurde Sag ich glaub ich auch gesparen ja es geht halt wirklich so gut ist denn du kannst du kannst du einfach denkst du bist funktionieren ich bin ich sicher nicht nein bin ich nicht das da unten beim wasser ich hab leider nur neun aber ich habe noch doch wenn wir dich töten ich bin es nicht du kannst nur im kompletten kompletten jahr könnte ich theoretisch ich weiß nicht ich bin ich bin so triggert ich bin so triggert wo bist du julian ich hab's gekämpft nicht schießen nein so und das war's dann für diese folge wenn sie euch gefallen hat dann lasst einen daumen hoch da und einen kommentar und schaut unbedingt bei den anderen vorbei bis nächstes mal ciao